Ja, es gibt Rohre, man kann Rohre verlegen, es gibt auch einen Rohrbruch, es gibt krumme Rohre, es gibt bestimmt auch den Beruf eines Rohrverlegers, vielleicht auch sehr spaßig. Es gibt ein Kupferrohr, es gibt auch Rohre verschiedenster Couleur, Länge, Größe, wobei es bei Rohren nicht so auf die Länge ankommt, eher auf das Durchflussvermögen. Das Material.